Hallo und willkommen bei der Akkumotive GmbH in Kamenz. Das ist Daimler in Kamenz. Bei der Akkumotive produzieren wir Bordnetzbatterien und Antriebsbatterien für Plug-in-Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge. Das macht mich stolz, hier jetzt dabei sein zu dürfen, dieses Wachstum zu sehen in der Fabrik von den einzelnen Zellen, die dann aufgebaut werden, geschweißt werden, montiert werden. Da kommen verschiedene Elektrokomponenten rein, es gibt Gehäuseunterteile, es gibt Blöcke. Wir werden dann zu einer Batterie gebaut, werden montiert, sodass wir am Ende der Linie ein endgültiges Produkt haben, das dann sozusagen ein Großteil des Autos ist. Also das hier zu begleiten, wie man das erst in der normalen Handmontage jetzt auf die vollautomatische Linie rüberbringt, das ist wirklich für Akkumotive mit einem Meilenstein. Und das eben weltweit dann zu vertreiben und dann zu sagen, Mensch Leute, guckt mal hier aus Kamenz, kleinem Ostsachsen, wir können damit die ganze Welt beliefern. Das ist das, was einen richtig stolz macht. Das Schöne daran ist, dass es halt was mit Zukunft ist, was völlig neu anfängt und dass ich an allem beteiligt sein kann, dass ich den ganzen Aufbau sehe, dass ich eigentlich jeden Tag was Neues zu lernen habe. Das Team ist toll, es sind vor allem alle enthusiastisch mit dabei. Das ist was, was mir wirklich gefällt. Wir haben sieben Batteriestandorte auf drei Kontinenten und hier in Kamenz bilden wir einen großen Teil der Kompetenz ab. Nachdem wir Produkte für die CO2-Neutralität bauen, war es selbstredend, dass wir eine Fabrik bauen, die ebenso CO2-neutral ist. Wir haben Geotermin und Photovoltaik auf unseren Dächern. Wir arbeiten hier in modernen Büroarbeitswelten. Das bedeutet vom klassischen Stehtisch Rückzugsmöglichkeiten über Thinkboxen. Wir haben hier eine große offene Küche, aber auch Kreativräume mit Tischkickern. Ich finde, das ist eine wunderbare Arbeitsatmosphäre, in der man sich gut entfalten kann. Dieses Werk gibt natürlich schon als größter Arbeitgeber hier von Kamenz, als größter Arbeitgeber hier in der gesamten Region, eine sehr positive Strahlwirkung hier mit raus. Und es erfüllt mich natürlich schon mit Stolz für die ganze Region hier, was hier letztendlich dann geschaffen wird. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Pionierleistung in der Akkumotive mitgetrieben. Alle Werksteile haben sich riesig erweitert. Das Thema spielt immer mehr eine Rolle. Die Stückzahlen gehen nach oben, die Nachfrage ist da. Und da merkt man schon deutlich, dass die Elektromobilität eine große Rolle spielt und auch spielen wird. Für die Zukunft haben wir den Vorteil, dass wir an einem Produkt der Zukunft arbeiten. Wir wollen zukunftsfähig sein, auch mit Hilfe von Flexibilisierung und Digitalisierung. Wir sind eine topmotivierte Mannschaft und arbeiten in einer offenen Arbeitsatmosphäre. Wir kämpfen um jede Batterie und sind sehr stolz darauf, hier arbeiten zu dürfen. Tschüss und man sieht sich in Kamenz! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020